Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in Plön. Das im Jahr 1979 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Es hat eine Einbauküche. Das ist eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 662 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 149 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 249.500 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Musik 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 Music Vielen Dank.